Untertitelung des ZDF, 2020 Feiern wir hier den Geburtstag von Papa oder von der Queen? Du bist also ein Banker? Nein, ich arbeite mit Banken. Papa sagt, Banker sind Abschau. Das habe ich gesagt. Also, wo steckt der alte Miska? Er ist von uns gegangen. Zu, zu, zumindest glauben wir, dass er so ist. Opa? Du musst mehr leben und weniger denken. Mehr nach rechts, mehr nach rechts. Zieht euch das an. Mama und Papa machen mich total wütend. Tja, so ging es mir mit meiner Familie auch mal. Es mir klar wurde, dass es sinnlos ist, wütend auf Menschen zu sein, die ich liebe, nur weil sie so sind, wie sie sind. Papa hatte eine Affäre. Mit einer paralympischen Leichtathletin mit nur einem Fuß. Ich glaube, ich muss die Einzelheiten nicht wissen. Ist alles klar bei dir, Opa? Ja, spitze, abgesehen von dem Sand in meinem Arsch. Wisst ihr, was eine Lesbe ist? Ist das jemand aus Lesbien? Das ist wie Folter. Ich halte das nicht aus. Mach, dass das aufhört. Menschen macht's, wenn es spieletzen ist. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020